Also ganz wichtig ist, den Studierenden am Anfang das Konzept zu erklären. Das liest man auch überall. Also viele, die ein Wörter-Classroom machen, sind auch auf den Gedanken gekommen, dass das wichtig ist. Also die Studierenden von Anfang an, den Studierenden zu erklären, was bedeutet ein Wörter-Classroom? Warum mache ich keine klassische Vorlesung? Was bedeutet es, eine Präsenzveranstaltung so zu machen wie ein Wörter-Classroom? Und warum ist die Vorbereitung dafür wichtig? Also die Studierenden muss man mit ins Boot holen. Das Konzept muss sinnvoll erscheinen. Das ist noch, langt noch bei weitem nicht, aber das ist auf jeden Fall eine notwendige Bedingung, dass die Studierenden verstehen, warum mache ich das so? Dann gebe ich den Studierenden am Anfang auch immer Hinweise, wie sie gut in der Vorbereitung selbstständig lernen. Denn selbstverantwortliches Lernen, selbstreguliertes Lernen ist etwas, das viele Studierende noch nicht in dem Maße mitbringen, wie man es sich wünschen würde. Viele sagen oder meckern darüber, die Studierenden müssten es eigentlich aus der Schule mitbringen und so weiter. Da kann man sich jetzt drüber beschweren und so. Ich habe die Erfahrung gemacht, immer dann, wenn selbstverantwortliches Lernen Lernvoraussetzung ist, ist es auch Lernziel zugleich. Das heißt, man setzt selbstverantwortliches Lernen voraus, unterstützt und begleitet aber die Studierenden dabei, insbesondere am Anfang des Inverted Classrooms, damit man eben auch die mitnimmt, die vielleicht die ein oder andere Schwierigkeit noch haben. Und da zählt dazu, wie lerne ich dann zum Beispiel, wie nehme ich Informationen aus Videos? Was sollte ich tun, damit ich das nicht vergesse beispielsweise? Wie bereite ich mir den Lernraum zu, dass ich nicht abgelenkt bin? Also alle Ablenkungen abschalten, kein Facebook, WhatsApp und so weiter parallel offen haben. Also mir eine Zeit vornehmen innerhalb der Woche, in der ich mich vorbereite. Also nicht irgendwann, sondern montags von 10 bis 12 mache ich die Inverted Classroom-Vorbereitung für die Veranstaltung. Also sich selbst zu disziplinieren, auch der Hinweis, Lerngruppen zu bilden. Also nicht alleine zu sein, sondern auch zusammen sich vorzubereiten auf die Präsenzveranstaltung. Im Inverted Classroom wird immer wieder gesagt, die Vorbereitungszeit ist eine individuelle Lernphase. Aber ich finde, es ist unterschätzt, dass man auch in der Vorbereitung Lerngruppen bilden sollte und die Studierenden auch gemeinsam sich vorbereiten. Auch da können sie schon miteinander lernen und sich gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig helfen. Also all diese Lerntipps zu geben, ist ganz wichtig. Und was ganz wichtig ist, den Studierenden vorzurechnen, dass ich nicht zu viel von ihnen verlange. Also es ist oft ein Gefühl der Studierenden, dass sie eben zu viel machen müssen. Und ich rechne ihnen dann vor, also pass mal auf, im Modulhandbuch sind vier ECTS-Punkte für die Veranstaltung vorgesehen. Das sind etwa acht Arbeitsstunden pro Woche, über das ganze Semester verteilt. Gut, da kommen auch die Semesterferien rein und so weiter. Also ziehen wir mal ein bisschen was ab. Für die Prüfungsvorbereitung ziehe ich auch ein bisschen was ab. Lass es sechs Stunden sein. Und meine Vorlesungen sind zwei Stunden. Also habt ihr noch vier Stunden Selbststudium circa, die pro Woche vorgesehen sind während des Semesters. Und ich sage euch, was ihr in den vier Stunden machen sollt. Die vier Stunden müsst ihr investieren. Und ich verlange nicht mehr als diese vier Stunden. Wahrscheinlich ist es auch weniger und so weiter. Also ich beruhige sie dann auch, dass die Zeit nicht zu viel ist, dass es auch gut investiert ist. Und ich helfe ihnen dabei, die Zeit sinnvoll so zu gestalten, dass sie auch gut vorbereitet sind für die Präsenzveranstaltung. Das sind so die ersten Messages, die ich den Studierenden gebe. Und dann muss man natürlich noch ganz viel tun, dass tatsächlich auch die Vorbereitung stattfindet und so weiter.